Herzlich willkommen, liebe Impact Buddies, zu einer neuen Folge. Heute ist wieder Dienstag und es ist Impact Buddies Zeit. Heute tatsächlich als Solo-Folge, denn Max kann aufgrund von technischen Störungen bei seinem Internet-Provider leider nicht mehr teilnehmen. Wir haben aber vor Beginn der Folge kurz miteinander telefoniert und wichtige Punkte der heutigen Folge miteinander abgestimmt und abgesprochen. Und der Max hat mir auch noch ein paar wirklich coole und interessante Punkte für die heutige Folge mit auf den Weg gegeben. Also Max, dir nochmal vielen Dank für den Input zur heutigen Folge. Und jetzt lüfte ich mal das Tuch und sage, worum soll es heute eigentlich gehen. Es geht um nachhaltige Apps im Praxistest. Wir hatten in der letzten Folge ja schon mal kurz darüber gesprochen. Ich hatte ein paar Apps rausgesucht, zugegebenermaßen alle noch ungetestet. Und jetzt haben wir uns beide nochmal zusammengetan und haben ein paar Apps rausgesucht und haben uns die einfach auch mal näher angeschaut. Dabei muss ich mal Folgendes vorweg schicken. Ich habe am Markt nochmal ein bisschen länger recherchiert, was es so alles für CO2-Einspar-Apps oder Nachhaltigkeits-Apps am Markt gibt. Ich muss sagen, es sind echt viele und das ist auch echt unübersichtlich. Was gibt es jetzt eigentlich alles? Was ist wirklich eine gute App? Was ist keine gute App? Hat ein bisschen Zeit gebraucht, um da mal den Dschungel so ein bisschen zu lichten. Und insofern möchte ich euch heute hier unsere kleine Auswahl präsentieren. Die ist zugegebenermaßen nicht repräsentativ. Das heißt, wenn euch dabei noch irgendein spezielles Thema zu kurz kommt oder fehlt, tut mir einen Gefallen. Schreibt es direkt in die Kommentare und gebt uns einen Hinweis, was für euch noch interessante und noch wichtige Apps wären, die wir vielleicht nochmal hier präsentieren oder die wir vielleicht auch nochmal näher beleuchten sollten. Ich fange mal an mit einer App, die habe ich auch letzte Woche kurz mit vorgestellt. Die heißt Zu gut für die Tonne. Das ist eine App vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und gibt eigentlich einen guten Rahmen, was man mit Lebensmittelresten, die man so hat, noch alles Gutes anstellen kann. So weit, so gut. Das kennt ja jeder von uns. Das heißt, jeder hat mit Sicherheit irgendwelche Reste im Kühlschrank, die da munter vor sich hin lagern und man fragt sich ja, was mache ich jetzt eigentlich noch mit dem Teil Gemüse oder jetzt vielleicht noch irgendwie sind noch ein paar Nudeln übergeblieben oder irgendetwas anderes, was man daraus eigentlich machen kann. Wenn man jetzt nicht gerade so kreativ in der Küche ist, dass einem da locker irgendwie fünf Gerichte zu einfallen, ist diese App dafür gedacht, daraus Rezeptvorschläge herzuleiten. Das Gute an der App ist tatsächlich, dass sie super simpel und einfach gehalten ist. Das heißt, mit der App kann wirklich jeder ganz einfach und super simpel arbeiten. Man kann dann in der App bis zu drei unterschiedliche Zutaten eingeben und kriegt dann mögliche Gerichte, die man daraus kochen kann, ausgewiesen inklusive kurzer Anleitung, kurzer Beschreibung mit dem Rezept und was man da sonst noch alles für braucht. Soweit erstmal die positiven Dinge von dieser App. Grundsätzlich finde ich den Ansatz a, dass es super simpel ist und b, dass man Reste verwertet, richtig gut. Was mich persönlich ein bisschen daran stört ist, dass die Gerichte, die daraus entstehen, meistens noch relativ viele zusätzliche Zutaten benötigen. Das heißt, im Zweifel habe ich wieder das Dilemma, dass mir wieder irgendwo Dinge überbleiben und ich eigentlich diesen Einspareffekt im Zweifel damit wieder konterkarriere. Das Zweite ist, es sind immer nur drei Zutaten, die man kombinieren kann für so ein Rezept. Und das Dritte ist, leider sind es nicht immer Rezepte, wo alle drei Zutaten dann tatsächlich auch drin vorkommen. Ich glaube, das geht grundsätzlich besser, aber ganz ehrlich gesagt, es ist zumindest mal ein Anfang und es ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, Reste nicht einfach wegzuschmeißen oder im Kühlschrank vergammeln zu lassen, sondern was Sinnvolles damit zu machen. Wir haben uns auch so eine Sternebewertung geeinigt, der Max und ich, für die Apps, über die ich heute mit euch sprechen möchte und haben mal gesagt, naja, für den Ansatz vergehen wir mal drei von fünf möglichen Sternen. Dann habe ich eine App gefunden, die kalkuliert deinen eigenen CO2-Fußabdruck. Das klingt auch erstmal richtig spannend. Ist am Anfang auch, sagen wir mal, relativ viele präzise Abfragerei mit eigenen Verbrauchswerten zum Thema, welche Heizung, wie viele Kilowattstunden verbrauchst du, hast du ein Auto, hast du ein Motorrad, wie bewegst du dich fort, wie viele Kilometer fährst du, was tankst du für den Kraftstoff, wie häufig nutzt du öffentliche Verkehrsmittel etc. Das sind dann zumindest mal Angaben, da fließen so die eigenen Gewohnheiten und die tatsächlichen eigenen Verbräuche ja effektiv mit ein. Aber so das gesamte Thema, ich sage jetzt mal Lifestyle und wie häufig bewege ich mich, wo das gibt immer nur so Bandbreitenangaben, so x mal die Woche, x mal der Monat und es ist alles nicht sehr, sehr genau. Das heißt, das, was hinterher als CO2-Fußabdruck rauskommt, ist tatsächlich eine Mischung aus dem, was ich effektiv selber tue und dem, was wahrscheinlich andere, die in einer ähnlichen Situation sind oder was man irgendwo anders hergeleitet hat, geschätzt verbrauchen. Finde ich vom persönlichen Eindruck her noch nicht ganz logisch zu Ende gedacht, weil am Ende des Tages kommt nicht wirklich mein persönlicher CO2-Fußabdruck raus, sondern einer, der näherungsweise für das Thema, ich sage jetzt mal Spritverbrauch für das Auto und Energieverbrauch für die Heizung herauskommt. Aber ganz ehrlich, das sind Dinge, die sehe ich jeden Tag selber, wenn ich es mir im Auto angucke oder wenn ich mir meinen Pelletsverbrauch von meiner Heizung angucke. Dafür bräuchte ich jetzt noch keine App. Ansonsten, wenn ich das mal mit anderen Apps, die ich euch gleich noch vorstellen möchte, vergleiche, dann muss ich sagen, sehe ich bei dieser App nicht so wirklich den riesengroßen Mehrwert. Wir sagen mal zwei von fünf Sternen dafür. Dann habe ich eine App gefunden, da bin ich wieder richtig begeistert davon gewesen. Die App heißt Too Good To Go. Das ist eine App, die zeigt dir an, bei welchen Einzelhandelsläden Spielsläden oder Restaurants oder irgendwelchen Shops, die Lebensmittel anbieten, Restposten da sind, die dann günstiger abgegeben werden. Und zwar immer in einem gewissen Zeitfenster und immer eine gewisse Stückzahl an sogenannter Magic Boxes. Da ist zum Beispiel ein Bäcker um die Ecke von mir mit dabei, der gezielt sagt, abends von 19 bis 19.30 Uhr gibt es eine gewisse Anzahl an sogenannten Magic Boxes mit einem Warenwert von irgendwas um die 10 Euro. Die werden für 3,50 Euro abgegeben und die beinhalten dann irgendwelche Backwaren, die am Tag über nicht verkauft werden konnten. Finde ich insofern eine sehr spannende Geschichte, weil am Ende des Tages dann die Waren nicht weggeschmissen werden müssen. Und mal ganz ehrlich, wenn ich mir ein Brötchen kaufe und esse es nicht heute, sondern esse es morgen, dann falle ich nicht tot vom Stuhl und es schmeckt morgen ja auch noch. Wenn ich jetzt eine Woche liegen lassen würde, okay, dann ist das vielleicht nicht so die erste Wahl. Aber diese App, erstens hat sie mich begeistert, weil in dem kleinen Dörfchen, in dem ich wohne, waren tatsächlich zwei Läden direkt, die für mich fußläufig erreichbar sind mit dabei. Und in einem Umkreis von fünf Kilometern waren, ob das ein Backshop an der Tankstelle ist, ob das ein Supermarkt ist, ob das ein Restaurant ist, waren x wie viele verschiedene, ich sage jetzt mal, Provider mit dabei, die Angebote unterbreitet haben. Und das alles zu einem wirklich fairen Kurs und auch noch tatsächlich verfügbar. Für euch also mal eine Idee. Guckt mal nach. Too Good To Go wäre eine App, die mit Sicherheit auch bei euch in der Region funktioniert. Ich habe der für mich, weil es bei mir um die Ecke auch wirklich coole Läden gibt, mit denen ich das Ganze wirklich ausprobieren kann. Gibt fünf von fünf Sternen. So, was haben wir noch? Es gibt eine App, die heißt CodeCheck. Eine App, die so die Strichcodes von unterschiedlichen Produkten scannt und mehr Informationen über das Thema nachhaltige Zusammensetzung von Produkten gibt. Ob das Kosmetika sind oder ob das Lebensmittel sind, das sind ganz unterschiedliche Produktsegmente, die die App abdeckt. Ich habe sie zusammen mit Max ausprobiert und wir haben beide ein ähnliches Erlebnis gehabt. Das heißt, es werden zwar im Lebensmittelbereich zum Beispiel ja verschiedene Informationen gut abgebildet zum Thema Zuckergehalt, Salzgehalt und Fettgehalt. Aber was zum Beispiel nirgendwo drin vorkommt, ist, wie ist tatsächlich der CO2-Fußabdruck von irgendeinem Produkt, auch wenn ich es regional kaufe, haben wir beide nicht gefunden. Und was es ein bisschen schwieriger macht, das wirklich eindeutig einzuschätzen, ist, es gibt zwar smarte Grafiken dazu, aber die sind alle relativ ungenau. Also insofern, es gibt einen Score-Wert, Rot, Gelb, Grün, je nachdem, wie viel Anteil von ungesunden Sachen oder nicht nachhaltigen Elementen darin enthalten sind. Und das ist schon mal insoweit sehr gut. Aber es hat halt immer noch so ein paar Downsides, was das Thema Nutzbarkeit und tatsächlich Verständlichkeit gibt. Und mir ist es tatsächlich so gegangen, ich habe das einfach mal mit den Produkten, die ich heute noch im Kühlschrank liegen habe, ausprobiert. Ich habe acht Produkte gescannt und drei Produkte hat die App gar nicht erkannt, obwohl das jetzt irgendwie aus dem klassischen Supermarkt ganz normale Mainstream-Sachen waren. Das war jetzt nichts, was man jetzt irgendwo sagen müsste, ist irgendein exotisches Produkt. Die Idee dahinter finde ich grundsätzlich richtig und gut. Gerade wenn man beim Einkaufen ist und sich nicht sicher ist, ist das jetzt ein gutes Produkt oder ist das ein nicht so gutes Produkt, dann gibt es schon mal eine bessere Orientierung als vielleicht so ein Nutri-Score, der irgendwo auf einer Lebensmittelpackung abgebildet ist. Aber so ganz ausgereift scheint mir das Ding noch nicht zu sein. Ich vergebe dafür mal drei von fünf Sternen. Also immerhin aber auch schon mal ein richtig guter Ansatz. Vielleicht kennt ihr noch eine bessere App, wenn es um das Thema Warenerkennung geht, als die CodeCheck-App. Dann lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und jetzt kommt meine absolute Kracher-Lieblings-App. Auf die App hat mich Max aufmerksam gemacht. Also Max, dafür nochmal Daumen rauf. Das ist wirklich gut rausgefunden. Die App nennt sich Earnest. Und zwar ist es eine App, die Nachhaltigkeit auf eine spielerische, coole Art und Weise in den Alltag integriert. Und zwar mit Tipps und mit Challenges. Tipps gibt es in der App unendlich viele zu ganz vielen Bereichen. Zu sowas wie alltäglichem Konsum. Zum Thema Ernährung. Zu Müll vermeiden. Also sprich, mehr auf Recycling zu setzen. Das Thema Wassersparen ist mit dabei. Und es gibt noch x wie viele andere Unterkategorien und Segmente, wo es eine Menge an wirklich auch praxistauglichen Tipps rund um Nachhaltigkeit gibt. Und die Challenges in dieser App, das ist so dieses Thema spielerisch an Nachhaltigkeit heranführen. Das ist wirklich etwas, das hat mich richtig abgeholt. Da wirst du im Grunde genommen dazu gebracht, mal über dein eigenes Verhalten nachzudenken und dann selber mal entweder mit dir oder auch mit anderen einfach eine Challenge zu machen. Und Challenges sind dann zum Beispiel so Geschichten wie, ich verzichte eine Woche lang auf Fleisch. Oder ich trinke weniger Kaffee am Tag. Das sind so Einzelchallenges. Und für jede Challenge gibt es immer einen gewissen Punktwert, den man, wenn man die Challenge positiv absolviert hat, für sich sammelt. Es gibt aber auch eine größere Challenge, die gerade aktuell läuft in der App. Das ist 14 Tage lang am Stück nur Leitungswasser nutzen. Auch für Kaffee oder für Tee. Aber vor allen Dingen dabei auf gekaufte Getränke, vor allen Dingen sodahaltige Produkte zu verzichten. Und wenn du das 14 Tage lang durchhältst, dann gibt es richtig viele Punkte. Ich glaube, es gibt dann, wird ausgelost oder so. Nicht jeder kriegt da Punkte, aber es ist halt eine Team-Challenge, wo ganz viele App-Nutzer teilnehmen. Für immerhin noch den Drittplatzierten gibt es 2500 Punkte. Und das ist genau der Punktwert, für den dann ein Baum gepflanzt wird. Also wenn man Punkte einlöst, gibt es verschiedene nachhaltige Projekte, die von den App-Initiatoren unterstützt werden. Und das sind dann so Sachen wie Baumpflanzen, Mikroplastik aus den Meeren fischen oder Korallen anpflanzen oder ähnliches. Ich finde, es ist insgesamt eine sehr, sehr spielerische Art und Weise, wie man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in so einer App auseinandersetzen kann. Es ist für einzelne Privatnutzer geeignet. Und der Anbieter hat auch Lösungen tatsächlich für Business-Kunden, sprich für ganze Unternehmen. Und das, finde ich, wiederum ist eine sehr smarte Geschichte, weil Nachhaltigkeit geht uns ja nicht nur was an im privaten Umfeld. Da fällt es uns, gerade wenn ich an das Thema Ressourcensparen denke, ja immer noch am leichtesten, weil da geht es immer an den eigenen Geldbeutel. Sondern hier geht es auch um Unternehmen und um Nachhaltigkeitskultur entwickeln innerhalb eines Unternehmens. Und mal ehrlich, da ist der ein oder andere vielleicht dann noch ein bisschen nachlässiger mit, habe ich das Licht im Besprechungsraum ausgemacht, ist mein PC auf Standby oder habe ich ihn abends runtergefahren und ist die Kaffeemaschine noch an oder macht das vielleicht irgendjemand anders abends aus und dann bleibt sie halt doch die ganze Nacht an und so weiter. Da gibt es ja so viele Punkte, die gar nicht mal böse gemeint sind, aber die halt jedem tatsächlich tagtäglich im Büro passieren. Wenn man das über eine App nochmal ein Stück weit antriggern kann und da nochmal sensibilisieren kann, auf eine sympathische und nette Art, finde ich das einfach richtig klasse. Also auch 5 von 5 Sternen, genau wie Too Good To Go, das sind mal zwei Highlights als Apps, die ich wirklich sensationell gut finde. Ja und wenn ihr noch Apps habt, mit denen man auch ganz einfach das ein oder andere gut motiviert umsetzen kann in Richtung Nachhaltigkeit, schreibt uns gerne ein Mail dazu, lasst uns das gerne wissen, dann nehmen wir das in der ein oder anderen Folge demnächst wieder auf. Und Max, eins kann ich dir jetzt schon sagen, nachdem ich mir jetzt die Earnest App genauer angeguckt habe, wir werden auf jeden Fall mal eine gemeinsame Challenge dazu machen. Wir suchen da mal was richtig Cooles zu aus und das darf natürlich für dich nicht sowas sein wie eine Woche auf Fleisch verzichten. Als Vegetarier wäre mir das zu einfach für dich. Das wäre vielleicht dann eher meine Challenge. Aber das besprechen wir dann noch, wenn du wieder da bist und wir die nächste Folge auch wieder gemeinsam machen. Da nur schon mal ein kleiner Spoiler dazu. In der nächsten Folge geht es wieder um das Thema Investieren. Wir gucken uns das Thema Kapitalmarkt an. Aber wie genau und was genau, das möchte ich euch heute nicht verraten. Das hört ihr dann von Max und mir in der nächsten Folge. Und mir bleibt für heute nur noch eins zu sagen, nämlich ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und eine gute Zeit. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag dann wieder gemeinsam mit dem Max. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.